Heute sprechen wir darüber, wie du mit Konkurrenzkampf in der Schule umgehst. Willkommen zurück Abitur-Athleten, hier ist Leo, deinem Tourcoach und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. Und einige von euch müssen leider immer wieder die Erfahrung mit Konkurrenzkampf machen. Sei das zwischen Geschwistern, das glaube ich gar nicht so oft, aber auch oft, oder eben auch vor allem speziell in der Schule mit den Mitschülern. Das heißt, ihr habt vielleicht den Kurs, du möchtest sehr gute Noten schreiben und viele andere möchten auch sehr gute Noten drin schreiben. Und es wird darum gebettelt, wer sich am meisten meldet, wer die besten Dinge sagt, wer die beste Beziehung zum Lehrer hat, wer die beste Note in der Klausur hat, wer wieder Klassenbester war, wer die Hausaufgabe am besten Vorbereit hat, wer das ausgiebigste, ausführlichste Referat hält oder eben auch mit deinen Geschwistern. Okay, dein größerer Bruder, deine größere Schwester hat der 1.3-Abi und du bist jetzt gerade bei 1.8 und du musst dich anstrengen und was auch immer. Und wie man damit umgeht. Und ich bin ganz ehrlich mit euch, es gibt dafür nur eine konkrete Lösung. Und zwar, du musst dich einfach komplett auf dich selbst fokussieren und von diesen ganzen Vergleichen komplett Abstand nehmen. Ich könnte euch jetzt viele Dinge, kleinere Sachen sagen, die auch irgendwie ein bisschen was bringen würden, aber wenn ihr das Problem einfach direkt komplett gelöst haben möchtet, müsst ihr einfach aufhören, euch darauf zu fokussieren. Und das fällt uns deswegen schwer, weil wir glauben, dass wir unsere Leistung nur im Vergleich zu Person XY messen können. Ja, so als wäre es nur möglich, als wüssten wir nur, wie gut unsere Leistung ist, wenn wir uns mit der Person vergleichen. Oder als wäre das auch überhaupt der Maßstab für alles. Aber soll ich euch eine Sache sagen? Es ist vollkommen egal. Es ist wirklich zu 100% vollkommen egal. Versteht ihr, wenn irgendein Geschwisterteil von euch Abi X, Y hatte, dann hat dieser Geschwisterteil Abi X, Y. Ob du dann Abitur Z, X hast, egal ob es ist besser oder schlechter, das geht ja auch umgekehrt. Nur weil du besser bist als dein Geschwisterteil, weil du besser bist als ein Mitschüler, besser bist als ein Freund, macht es dich auch nicht besser. Es spielt wirklich überhaupt keine Rolle. Es werden so viele Abitur jedes Jahr geschrieben. Ob dein Freund, dein Freund, dein Bruder, deine Schwester ein Ticken besser oder schlechter ist, hat überhaupt keinen Einfluss. Nicht mal auf den Entzähl. Das bedeutet, wenn du am Ende ein 3,6 Abitur hast und es bestanden hast, ist auch schon ein Erfolg. Wenn du ein 2,5 Abi hast, wenn du ein 1,3 Abi hast, 1,4 Abi, egal was dein Abischnitt ist, dann hast du einfach nur deinen Abischnitt. Und ob jemand anderes besser war, schlechter war, ob du der Beste der Schule war, drittbeste der Schule, siebbeste der Schule, neunundzwanzigbeste der Schule, schlechteste der Schule, whatever, das ist einfach nur die eine Sache, die du hast. Aber was, wer anders gemacht hat, ist einfach egal. Wisst ihr, du kannst ein 1,1 Abi haben, und damit Medizin studieren. Ob jemand an deiner Schule noch 0,9 hatte, spielt überhaupt keine Rolle. Außer für dein Ego, weil du sagst, wow, der war noch besser als ich. Oder mhm. Spielt einfach keine Rolle. Und deswegen distanziere dich einfach gleich komplett von diesen Gedanken, weil solange du diese Gedanken in deinem Kopf hast, wirst du so denken. Und dann wird sich auch nichts dran ändern. Deswegen hast du nur eine einzige Möglichkeit, und zwar jetzt in diesem Moment zu beschließen, dass du dich einfach nicht mehr mit den anderen vergleichst. Einfach nicht mehr damit vergleichst. Und auch wenn es bei dir in der Mitarbeit so ist, dass die anderen immer darum kämpfen und die anderen einen runterziehen und so weiter. Weißt du, was der einzige Grund ist, warum das funktioniert? Und das wirst du jetzt nicht hören wollen. Aber der einzige Grund, warum Leute dich im Unterricht runterziehen können, ist, weil du darauf eingehst. Und du hast das Gefühl, boah, die machen es aber nur zu mir, ich habe damit gar nichts zu tun. Doch, du hast damit was zu tun. Kampf kann per Definition nur passieren zwischen zwei Menschen. Und Kampf kann nicht passieren, wenn eine Person nicht daran beteiligt ist. Es geht nicht. Es geht universell prinzipiell nicht. Es geht nicht. Und deswegen frag dich, wie steuere ich selbst zu diesem Konkurrenzkampf bei? Und es muss nicht bedeuten, dass du irgendwie irgendwas zurücksagst oder irgendwie den anderen in die Scheiße zähmierst oder sonst was. Einfach nur indem du dir zum Beispiel das Herz nimmst, steigst du mit auf den Kampf ein. Einfach nur dadurch, dass du dich selbst noch mehr anschränkst, weil die andere Person ja XY. Du nimmst auch im Kampf teil. Zwar indirekt, aber nimmst du im Kampf teil. In dem Moment, wo du dich einfach nur auf dich fokussierst, und das wirst du mich nicht glauben, aber es wird wie durch Magenschaden passieren. In dem Moment, wo du für dich selbst beschließt, mir ist das zu 100% egal, was die anderen Leute machen. Ich gebe einfach nur für mich mein Bestes. Und wenn ich 13 Punkte in der Klausur habe und alle anderen 15, dann bin ich trotzdem happy mit meinen 13. Oder dann wusste ich, dass die 13 Punkte das Beste waren, was ich hätte erreichen können. Ab diesem Zeitpunkt wird der Kampf nicht mehr da sein, weil der Kampf existiert nur in deinem Kopf. Verstehst du das? Der Kampf existiert nur in deinem Kopf. Du sitzt in der Mitarbeiterin und denkst dir, verdammt, die andere Person meldet sich schon. Ihr kämpft überhaupt nicht miteinander. Der Kampf ist nur in deinem Kopf. Vielleicht ist der Kampf auch im Kopf der anderen Person. Aber der einzige Grund, ob in deiner Realität dieser Kampf herrscht, ist über deine Gedanken definiert. Und du kannst den Kampf, es kann sein, dass die andere Person gar nicht mit dir kämpft, aber du im Kopf mit ihr kämpfst. Und du kreierst sie als Gegnerin, oder was auch immer. Aber das ist vollkommener Schwachsinn. Was du schaffen musst, und was du einfach nur zu tun hast, ist es komplett rauszublocken, und du sagst, ich fokussiere mich einfach auf meine Sache. Und dann wirst du einfach konstant richtig gute Leistungen bringen. Und was die anderen haben, ob die besser, schlechter, sonst irgendwas, vollkommen egal. Du gehst deinen Weg, so gut du kannst, und dann bekommst du die Ergebnisse, mit denen du zufrieden sein wirst, und schlussendlich das studieren kannst, was du möchtest. Okay? In diesem Sinne, denkt dran, ich glaube an dich. Gerne schreibt mir auch eure Storys diesbezüglich mal in die Kommentare, würde mich sehr stark interessieren, womit ihr da vermeintlich zu kämpfen habt. Und ansonsten, denkt dran, ich glaube an dich. Wir sehen uns im nächsten Video. Dein Leo. I wanna know, what the fuck is a team? Nobody gonna work harder than me, especially if it's my dream. I can't let none of these looks intervene, no. My city's blessings I can't even see, praying that I get to breathe, yeah.